Für 20.000 Euro können wir diesen MakeSpace hier beleben. Wir können ihn öffnen für Jugendliche, wir können ihn öffnen für Interessierte aus Kreuzberg und aus Berlin, um hierher zu kommen, um die Geräte zu nutzen und außerdem teilen wir unser Wissen darüber, welche Mechanismen in digitalen Räumen wirken. Also zum Beispiel zu Themen wie algorithmische Empfehlungssysteme oder Plattformlogiken, Verschwörungserzählungen oder Hass im Netz. Dabei geht es aber auch ganz viel um Kreativität und um die Möglichkeit auszuprobieren, um zu scheitern und eben um eigene Lösungen zu entwickeln für Herausforderungen, die man selbst identifiziert hat. Für das Geld können wir Team ausbilden, damit wir hier ein regelmäßiges Angebot schaffen können und wir können die Geräte und die Verbrauchsmaterialien kaufen, um aus diesem MakeSpace einen wirklich innovativen und für alle zugänglichen Ausprobierort zu machen. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Ideen, was wir mit diesem MakeSpace anstellen wollen und wir freuen uns wirklich sehr, wenn du uns mit einer Spende dabei unterstützen könntest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.